Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Dishonored Bad of the Outsider. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir die Mission Der Bankraub in der letzten Folge abgeschlossen. Für diese Mission haben wir insgesamt 2 Stunden 12 Minuten gebraucht, war also schon eine ordentliche Zeit. Wahrscheinlich die längste Mission im gesamten Spiel bisher. Und jetzt wollen wir einfach mal gucken, wie es weitergeht. Eloiterio Sienfuegos, ein ehemaliges Mitglied der Augenlosen, hat wichtige Dokumente gestohlen, die von einem Zugang zum Nichts handeln. Und sie ins Kaiserliche Konservatorium geschickt. Finde einen Weg hinein und suche dieses gestohlene Archiv. Das Feuer brannte die ganze Nacht, verbarg die Sterne und Wasser zischte, als ich mein altes Schiff unter seinem Leid. Der Leichnam schwärzte. Daud, endlich tot. Wie viele wollten dich töten und sind nie weiter herangekommen als ich? Wie hoch war dein Kopfgeld, alter Mann? Jetzt kann nur noch das Nichts es kassieren. Jahrelang habe ich auf das Zeichen des Outsiders gehofft. Doch er gab mir das Messer, das ihn erschuf. Eine Waffe, die ihn auch vernichten könnte. Ich verstehe seine Motive nicht. Aber ich weiß, was Daud wollte. Und wenn er auf ewig im Nichts wandeln muss, kann ich ihm vielleicht Frieden bringen, indem ich dies beende. Lachte der Outsider, als die Dreadful Whale brannte? Oder sah er wie ich nur zu? Es war ein prächtiger Scheiterhaufen. Leb wohl, Daud. Ich bringe dein Werk zu Ende. Das Schiff, das mich viele Jahre lang begleitete, verbrannte in wenigen Stunden. Daud ist tot. Und mit ihm Megan Foster. Einer der Augenlosen, ein Maler und Apotheker, hat Informationen über den Zugang zum Nichts gestohlen. Sein Name war Cien Fuegos und er war besessen wie alle anderen. Aber er ging zu weit. Bevor ihn die Augenlosen töteten, schickte er das Gestohlene an die Kuratorin des Kaiserlichen Konservatoriums. Wer weiß, vielleicht hätte sie ihm helfen können. Die Kuratorin ist weg. Aber was Cien Fuegos ihr geschickt hat, ist noch da. Der Jedermannsorden hat übernommen. Jetzt suchen Aufseher und Ordensschwestern nach Anzeichen von Ketzerei. Ich muss die Überreste des Apothekerarchivs finden, bevor sie das Konservatorium auf den Kopf stellen. Billy, warum hast du dir sowas hier aufgestellt? Kannst du mir das verraten? So. Gute Arbeit, Bruder. Wir müssen noch die ketzerischen Texte dokumentieren, die wir verbrannt haben und fertig. Wo ist das Listenbuch? Hier auf der Bank. Keine Sorge. Ich habe schon alle verbrannten Bücher notiert. Ihr sollt nachsehen, ob Schwester Rose will mir Hilfe brauchen. Aus dem Feuer ist nichts zu retten. Alles verbrannt. Im Listenbuch steht vielleicht, ob das, was ich suche, noch da heißt. Ihr wollt mich doch verscheißen, oder? Man nehme eine Allraune fürs Leben gesehen. Nein, das war was anderes. Schwester Rose will hat das Versteck des Archivs in einer Vision gesehen. Sein Inhalt hat sie beunruhigt, meinte Bruder Diaz. Sie hat geflüstert, das könnte den Orden zerstören. Was? Hör auf damit. Das ist fast schon Frevel. Aber nur fast. So, hat irgendjemand eine dumme Idee, wie ich an die blöde Liste rankommen soll? Ich meine, die laufen doch hier auf und ab. Wir werden mit unseren tugendhaften Handlungen ein helles Feuer entfachen. Und irgendwie kommt mir dieser Ort aus das Honor 2 bekannt vor. Hier waren die mit Emily schon mal. Partys? Lange Zähne und Klauen und der Schnüppel und Fressenrotz. Ja, der Jedermanns Orden setzt auf Wunde. Was für eine Überraschung. Ja, wir waren hier definitiv mit Emily schon mal. Bestandsaufnahme ketzerischer Gegenstände aus dem Kaiserlichen Konservatorium. Dies ist die vollständige Liste der ketzerischen Gegenstände, die im Monat des Regens 1852 einer sorgfältigen Untersuchung unterzogen werden. Werden noch untersucht. Papiere, Silbergrafien, Nutze von Notizen und Briefe aus dem Büro der Kuratoren. Hinweis, der Verwahrungsort dieser neuen Dokumente wurde dem Orden des Orakels in einer Vision enthüllt. Die Sammlung wurde von Schwester Rosalyn beschlagnahmt. Sie wird sie persönlich auf mögliche ketzerische Inhalte untersuchen und ihre Erkenntnisse an den reisenden Vize-Aufseher Cardosa weiterleiten. Ketzerische Vorrichtung. Linsen, entweite Särge, Drähte und Geräte, Hinweise werden zerlegt und an den Orden gesendet, sobald die Untersuchung durch die Schwestern abgeschlossen ist. Verbrannt oder an den Orden gesendet. 43 Kisten, Bücher mit Arkanen, Rezepten, ketzerischen Studien, Zaubersprüchen, Ritualanweisungen, lästerlichen Geschichten. Verbrannt. 17 Kisten, Fläschchen, unbekannten Inhalts, Salben, Kräuter, Wurzeln an den Orden gesendet. 10 Kisten. Menschenhaar, Knochen und Körperteile von Tieren. Verbrannt. 3 Umhängetücher, bestickt mit ketzerischen Zeichen. Verbrannt. 1 Altar, Hölzern, geschnitzt mit Wachs bedeckt, starke Gebraussspuren. Verbrannt. Eine Kinderpuppe, Hülsenkörper, verschrumpeltes Apfelgesicht mit Nabeln gespickt. Verbrannt. 34 Runen und Amulette an den Orden gesendet. 7 Notiz- und persönliche Tagebücher an den Orden gesendet. 2 Wahrsagespiegel, verbrannt. Eine Kiste unterschiedlicher Geräte zur Selbstbefriedigung. Was? Verbrannt. 3 Sätze, Zähne und Fingernägel von Kindern. Verbrannt. Ein Eschenbaum von der Terrasse des Konservatoriums über dem Wurzelwerk gefällt. Verbrannt. 4 Kistenkerzen, Räucherwerk, Glocken und verschiedenes Ritualzubehör. Verbrannt. Schwester Rosewyn verwahrt Dokumente im Büro der Kuratorin. Die muss ich finden. Hallo Radies. Papier und Tinte, bittere Tinte. Tote gegangen, totes Fleisch. Trogengressig Weg. Beißen den Einwand, Tinte weg raus. Altes Fasen. Das ist mir immer ein Radies. Das ist mir immer ein Radies. Und ja, mir geht die Energie schon wieder aus. Und ja, mir geht die Energie schon wieder aus. Ist es vermessen von mir zu hoffen, diesen brutalen Mörder wiederzusehen? Und ja, mir geht die Energie schon wieder aus. Von Unwahrheiten aus zu schweien. Die Echos der Lügen kehren als die Stimme des Outsiders zurück. Oh mein Gott. Fanatiker waren schon immer meine Lieblingsgegenheit in solchen Spielen. Weil die haben einfach den allergrößten Dachschaden und Reden den schönsten Mist. Meine bisherigen Favoriten, die Hammeriten und Mechanisten aus der D-Reihe. Ungeschlagen. Zusagen durchschnittlich bis zum Abi. Ah, da drüben geht's rein. Danke, ich hab's auch noch am Eingang gewohnt. Tschüss. Oh, ich hab jetzt blockiert. Entschuldigung. Muss ich mal durch. Du gehst nirgendwo hin. Doch, ruhig. Tschüss. Nö, 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 nö. Ey. Lass meine Ratten in Ruhe. Ey. Stirb, Kreatur des Nichts. Ich komm dir gleich mit Kreatur des Nichts. Was macht denn das eigentlich? Okay. Du Frevler. Uff. Ich werde die Ungläubigen jagen. Jetzt muss ich mal langsam was ausdenken. Komm und stell dich deinem Urteil. Geil. Reitermachen. Bekommt. Fahrten funktioniert nicht. Funktioniert in die Richtung nicht. Sie darf nicht fliehen. Nimm das. Mädels, ich muss hier mal weg. Ach, ihr seid doch alle nicht jetzt dicht. Wie denn ins Lüftungssystem gelangt? Guck mal, das ist doch nicht die alte Tür noch, natürlich nicht. So, ich bin drin. So, ich bin drin. Das letzte Mal war hier ja so ein fehlgeleiteter Hexenzirkel drin, die irgendwie versucht haben, ein Portal zu die Layla zu öffnen. Ich weiß auch nicht, wie lange das aus unserer persönlichen Sicht jetzt hier innerhalb dieses Spiels her ist. Ich weiß nicht, wie lange das ist. Hm. War ich auch immer. Bist du euren blinden Schwestern hier liegt? Ja, das ist das bescheideste Versteck, was ich mir hier ausgesucht habe. Meine Fresse sind hier viele Wachen drinnen. Was hältst du dir im Kopf nicht aus? Oh, da ist Kupferdraht um Rigger. Ich komm mal wieder runter. Oh, und Badesalz. Wollte mir etwa erzählen, die Hexenzirkel, der hier drinnen war, war reinlich? Okay, ich glaube, die Wachen haben nur halb so viel mitbekommen, wie sie sollten. Ja, die sind so im Keller, kenne ich noch. So, da hinten ist einer. Guck mal, was ist der Typ da unten, die eventuell hier hochkommt. Das wird noch. Guck mal, lass uns gucken. Okay, da läuft hier unten seine Wunder. Da steht auch noch einer. Da hinten ist noch... Ach du Scheibenkleister. Für den Weg hier deutlich lieber. Guck mal, das weiß man gar nicht. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Wie? Warte, warte, warte. So, der kommt jetzt zurückgedrottelt. Gut, dann kann ich mich auch gleich einfach auf die hohere Ebene teleportieren. Dann habe ich ein bisschen Ruhe, hoffe ich. Weiß ja nicht, ob da oben nicht auch noch jemand rumtrappelt. Na komm, Wache. Geh zurück. Er so ist brav. 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 Wir konnten bisher nicht in den Raum vordringen, in den sich die letzten Hexen zurückgezogen hatten, als sie realisiert haben mussten, dass ihr Widerstand zwecklos ist. Die Ketzerinnen konnten wir zwar mit unseren Pistolen ausschalten, aber die Türe wurde blockiert. Dahinter befinden sich höchstwahrscheinlich noch einige letzte lästerliche Artefakte. Wir müssen uns Zugang zu diesem Raum verschaffen, um ihn vor schwarzer Magie zu läutern. Sorgen Sie dafür, dass die letzte Hexe im Keller am Leben bleibt. Sie muss einen Weg hineinkennen. Pressen Sie ihn aus ihr heraus. Aufseher Benson. Und ihr macht hier nicht gleich so gut, ja. Ihr seid auch noch irgendwelche komischen Fanatiker. Die einen glauben an Zauberei, die anderen glauben nicht. Nehmen wir an irgendeine höhere Instanz. Weil ich ganz ehrlich sein muss, gefallen mir die, die an Zauberei glauben, deutlich besser. Auch wenn die Hexen echt anstrengende Gegner sind. So, ich hoffe, die Kreuze hier sind nicht mit Blut gemalt. So, die Hexen im Keller mag einen Weg hineinkennen, aber den kennen wir vielleicht auch. Oder finden wir zumindest da raus. Wo du fliegen willst. Ne, Mann, guck mal, schau auf sie an. Sehr hübsch. Hast du das gemalt? Skandalös. Hier sind die Wurzeln der Ketzerei üppig und tief. Der Oberaufseher wird eine genaue Auflistung aller Objekte wünschen. Mal gucken, ich nehme die Hälfte aller Objekte bei mir weg. Belladonna-Tropfen. Was war das denn? Tricks für den wandernden Blick. Na ja. Aufseher aber ein bisschen verrückt machen, indem ich an einem Globus drehe. Hallöchen, mein Freund. Du hast dir nichts verloren. Verzeih dir dich. Wollen wir wenden? Komm her. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nein, ich glaube ich. So sind wir diese Erlebnisse. Wo ist sie? Weg. Das ist doch überhaupt ja nicht anstrengend, dieser Affen. Ist da noch jemand? Holen wir sie uns! Wie bitte? Habt ihr mich gesehen? Der Gehre? Großartig, du kannst dich nicht wissen. Ich sollte noch nicht aufstehen. Schlüssel zur Leichenhalle benötigt. Ich wollte nochmal bei Emily nachfragen, ob sonst mal alle Schlüssel, die sie auf ihrem Weg eingesammelt hat, geworben könnten. Hä? Was? Wie? Hä? Darf hier sein, klar? Irgendwie Brot ist aber... Obwohl das Ruf für den Brot geht, wie wir es. Hat Feuer gebrochen, um uns wegzuhalten? Hat sich selbst verbrannt, statt in Flammen, zähes Bein an das Fleisch. Wie können wir uns vor so etwas in Zukunft schützen? Beruhige dich, Schwester Tarris. Wir sehen uns dieses Gerät genauer, sobald wir unsere Schwestern begraben haben. So, wir haben alles verriegelt und verhandelt. Was aber nicht heißt, dass ich nicht reinkommen habe. Und zwar auf einem ganz einfachen, alten Weg. Den hat Emily schon genommen. Den nehmen wir jetzt auch. Bruder Cardozo, Schwester Rosewin bittet auf die Terrasse. Es geht um das ketzerische Archiv. Sie möchte, dass du es nimmst. Ja, ja, sehr gut. Sag, Schwester Rosewin, dass ich gleich komme. Ich muss erst noch diesen Test beenden, bevor das Fleisch zu sehr verfault. Die Krümmung ist am Stirnlappen erodiert. Seltsame Teilung. Wie schon das Gebot sagt, der irrende Geist wird nürrisch und uneins. Faszinierend. Natürlich nicht. Das wäre ja Blödsinn. Ich bin mal hier nach außen so lange. So, das ist Rosewin. Ich werde das Letzte sein, was sie jetzt wird. Ich bin mal hier oben so lange, ne? Was ist das? Das sind welche gestorben. Das war so nicht beabsichtigt. Deswegen habe ich mich jetzt mal umbringen lassen. Deren Schuld. Das Fleisch zu sehr verfault. Die Krümmung ist am Stirnlappen erodiert. Seltsame Teilung. Wie schon das Gebot sagt, der irrende Geist wird nürrisch und uneins. Wonach suchen die? Mich würden sie bestimmt auch gern aufschlitzen. So, ich guck mal hier erst mal kurz. Komm mal ein bisschen um. Das Blut schwebt da tatsächlich, aber kein. Boah. Oh, Gott, der ist nicht in Ordnung. Oh, fuck, dann. Hier war los, damit mein Controller endlich Ruhe gibt. Missionsnotizen des reisenden Vize-Aufsehers. Letzter Eintrag. Schwester Roswin hat uns angewiesen, die Bücher und Papiere der Hexen zu vernichten. Ihre Weisheit ist über jeden Zweifel erhaben und doch... Ich habe in den Aufzeichnungen solche Wunder gesehen. Was kann es schon schaden, durch die Bücher zu blättern, bevor sie vom Feuer verzerrt werden? Sollten wir den Feind nicht kennen, den wir bekämpfen? Sollten wir ihre verderbten Gedanken nicht studieren, um sie besser zu verstehen? Ich plage Zweifel und führe meine Gedanken auf den irrenden Weg. Ich weiß, es ist Ketzerei. Und doch brenne ich vor Neugierde. Wenn ich doch nur ein paar kleine Bände vor den Flammen retten könnte. Der Typ ist mir sofort sympathisch. Aber, ich würde sagen, an der Stelle mache ich mal Feierabend für heute. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Und wie es dann mit Roswin und dem Outsider weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Von Let's Play Dishonored, Dad of the Outsider. Bis dahin, bye bye. Bis dahin, bye. Bis dahin, bye. Daud, schön dich zu sehen, alter Mann. Ich habe einen letzten Auftrag für dich, Billy. Wer ist das Ziel? Der schwarzäugige Mistkerl, der für all das Leid verantwortlich ist. Wir werden den Outsider töten. Wir werden den Outsider töten. Bis zum nächsten Mal.